Ich und meine Frau Fatma wollen einen Kassler haben, aber nicht vom Schwein. Du willst Kassler? Ja. Nicht vom Schwein? Ja. Aha. Einen Moment bitte. Okay. Das ist ein Kassler. Vom Kassler-Tier. Kommt aus dem australischen Regenwald. 60 cm groß und braune zottiert Fell. Wollen Sie mich verarschen oder was? Ja, du hast doch angefangen.